Gesund werden in entspannter Hotelatmosphäre. Das ist die Philosophie der neuen Komfortstation des St. Johannes Hospitals im Zentrum von Dortmund. Auf einer separaten Etage im Westflügel wurde ein Raumkonzept verwirklicht, das den Patienten die Großzügigkeit eines Sternehotels bietet. Egal ob Einzelzimmer, Suite oder Lounge, überall frische Farben und ein modernes Design, das durch die Liebe zum Detail individuellen Bedürfnissen den gewünschten Raum schafft. Guten Morgen. Herzlich willkommen von der Fortstation. Mein Name ist Wagner, Teamleitung des Patientenservice. Darf ich Ihnen an Ihre Suites eingehen? Gerne. Zur hochwertigen Ausstattung gehören neben der Klimatisierung Flachbildschirme mit Sky-Empfang, Playstation und selbstverständlich kostenfreiem Internetzugang auf der gesamten Station. Die Bäder sind geräumig und mit Föhn und Bademantel ausgestattet. Das medizinische Personal wird durch die Servicemitarbeiter unterstützt, die den Hotelcharakter der Station unterstreichen. Ein Team, das seinen Gästen eine Reihe von kostenlosen Servicediensten bietet, die den Krankenhausalltag angenehmer gestalten. Dazu gehört zum Beispiel die Erledigung Ihrer Aufnahmeformalitäten direkt auf dem Zimmer. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Aufenthalt und wenn Sie irgendwelche Fragen haben, melden Sie sich einfach bei mir. Das mache ich. Dankeschön. Zum Gesamtkonzept zählt auch das kulinarische Angebot mit Restaurantniveau und so individuell wie die Gäste der Station. Da haben Sie die Möglichkeit zwischen zehn Menüs zu wählen. Ja. Menü Nummer eins wäre einmal das Wildlatsfilet. Morgens und abends Buffet in der Lounge, mittags die Wahl zwischen zehn Menüs Einmal neben der weinlichen Sauerbaden. Guten Appetit. Und zwischendurch Obst und Kuchen. Auf der Komfortstation behandeln die Chefärzte und deren Vertreter. Wir setzen dort eine lokale Betäubung. Die Wadizana, wo es warm wird, etwas brennt. Mediziner mit überregionalem Renommee, denn das St. Johannes Hospital gehört zu den führenden Kliniken Nordrhein-Westfalens. Wie überall im Haus, auch auf der Komfortstation, engagierte Pflegemitarbeiter, für die jeder einzelne Patient vor allem Gast ist. Die Komfortstation des St. Johannes Hospitals. Gesund werden in entspannter Hotelatmosphäre.